Hallo und herzlich willkommen zu einer frischen Runde Horizon. Da stehe ich nun irgendwo im Nirgendwo. Gemütlich und bequem finde ich es hier nicht, also Ausweg suchen. Zur Not grabe ich mich raus mit bloßen Händen. Und meinen Fokus, den hätte ich auch gern wieder. Meine Sachen, gut. Und wo ist mein Fokus? Hier, okay. Was? Bin ich etwa im heiligen Berg? Aber nur Stammmütter dürfen ihn betreten. Ich sehe meinen Bogen nirgends. Und diesen kaputten Fokus, den ich diesen Mörder abgenommen habe. Wo ist das alles? Ja, Wahnsinn. Das ging schnell. Meisterleistung meinerseits. Da kann man doch mal klatschen. Schon habe ich den Fokus wieder. Aber wo ist jetzt die Ausrüstung? Hier vielleicht? Da darf ich nicht ran mit meinem Fettgriffeln. Hier ist nichts. Das weiß ich auch. Ach. Jetzt ist die Tür plötzlich auf. Natürlich. Ich empfange eine Art Signal. Ja, aber wo kommt es her? Dem gehen wir nach. Da. Mit meinen anderen Sachen. Wo? Ach, hier. Was kannst du mir zeigen? Alle Kommandanten, Ausgrabungen stoppen und sofort zum Missionspunkt. Vermeidet Kontakt zu den Nora-Wilden. Doch wenn man euch sieht, tötet die Zeugen. Bild der Zielperson im Anhang. Versagt nicht. Bild der Zielperson. Wer sagt, dass ich genauso bin? Sie sahen mich durch Olens Fokus. Wie ist das möglich? Dann Beeilung. Ich komme jetzt. Warte auf Identity Scan. Ihr dürft nicht länger auf Z hören. Hört endlich auf mich. Wo kommt das her? Von wann? Bist du meine Mutter? Und ich soll sterben, weil ich aussehe wie du. Aloy, du bist wach? Du hast mich ergebracht. Schnell. Du musst mir folgen. Wohin? Zu dem Ort, an dem du geboren wurdest. Heißt das, ich wurde hier geboren? Im Berg? Es ist besser, es zu zeigen. Und ich will es sehen. Ach, und da dachte ich, es kann nicht noch verwirrender werden. Falsch gedacht. Dann rück raus mit der Sprache. Ich will antworten. Wenigstens ein paar. Darf ich mich noch umschauen? Warum sind wir hier? Du warst dem Tod nah. Und bei seiner Mutter zu sterben ist heilig. Lansra wollte es nicht, aber Jessa stimmt mir zu. Ist meine Mutter hier? Werde ich sie sehen? Es ist kompliziert. Bitte komm einfach mit. Kann man nicht einfach nur Ja oder Nein sagen. Aber gut. Lasse ich es über mich ergehen. Ja, mach auf, die Schleuser. Ähnelt meine Mutter mir. Bis auf die Haare. Das sollte unmöglich sein. Deine Mutter ist keine Frau, Aloy. Der Berg ist deine Mutter. Ich… Was? Was meinst du denn damit? Komm. Was ist das hier? Die große Kammer, in der die Urmutter den Metallteufel vernichtete und dich gebar. Aloy, das Erprobungsmassaker war erst der furchtbare Anfang. Unser Kriegstrupp, der hinter den Mördern her war, wurde überfallen und abgeschlachtet. Was hat das mit meinem Geburtsort zu tun? Nun, ich hoffe alles. Und hier haben wir dich gefunden. Du hast geschrien. Du hast geschrien. Wir sahen nach und da warst du. Ich lag da einfach? Ja. Meinst du, ich kann durch diese Tür? Daran habe ich immer fest geglaubt, dass du dem Leib des Bergs entsprungen bist. Es war ein Geschenk der Urmutter selbst. Doch andere, wie Lanzra, sahen dahinter vielmehr eine dunkle Macht. Kein Geschenk, einen Fluch. Aber das ist keine Göttin. Aloy! Das ist eine Tür. Mit Leuten dahinter. Meine Mutter? Oh! Identity Scan wird durchgeführt. Die Göttin spricht. Das ist wie die Frau dich sah. Fehler. Alpha Registry beschädigt. Identität nicht bestätigt. Zutritt verweigert. Nein. Nein. Danke. Bitte. 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 Aloy, die Urmutter sprach mit dir, als ob sie dich kennt. Hast du nicht zugehört? Sie hat mich nicht erkannt. Wegen der Verderbnis. Das waren ihre Worte. Also, wenn du die Verderbnis heilst, wird sie dich erkennen. Und wie sollte das gehen? Du hattest Visionen? Von einer Frau mit kurzem Haar? Ja, die Mörder wollten mich, weil ich wie sie aussehe. Aber sie sind unüberwindlich. Haben wir denn keine andere Spur? Olen. Er war einer der Fremden, am Tag vor der Erprobung. Die Mörder sahen mich durch ihn. Er lebte Meridian. Dann musst du das Heilige Land verlassen. Ich war immer eine Ausgestoßene. Warum nicht auch Verbannte? Psst, es geht auch anders. Komm, dann machen wir es so. Okay. Halt. Stopp. Jetzt rede ich. Die Urmutter ist also, so hat es den Anschein, nichts weiter als eine KI? Liege ich da richtig? Was liegt hinter dem Berg? Wer hat den ganzen Kram überhaupt erbaut? Wer hat es noch erfahren? Was ist das Ziel der anderen Gruppe? Wo komme ich eigentlich wirklich her? Ach, es wird ja immer schlimmer hier. Von der Verbanden Du sagtest, der Stamm könnte ausgerottet werden. Und Ausgestoßenen Nun zur Auserwählten Wie kommt das? Nach dem Massaker bei der Erprobung schickten wir einen großen Kriegstrupp nach den Mördern aus. Mehr als die Hälfte starben. Wie wurde der Kriegstrupp besiegt? Die Mörder kämpfen nicht allein. Auf irgendeine Art beherrschen sie die Maschinen, verderben sie, machen sie verrückt. Die Mörder sind geflohen? Ja. Und jetzt fällt meinen Mitstammmüttern nur noch ein, die Hymne der Buße zu singen und die Urmutter um Gnade zu bitten. Als ob sie nicht will, dass wir uns selbst helfen. Und, was ist dein Plan? Dies hier, dies hier ist mein Plan. Dir deinen Geburtsort zu zeigen, damit du deinem Mutter gegebenen Schicksal folgen kannst. Die anderen Stammmütter warten auf uns. Lass mich reden. Ja, ich wüsste auch gar nicht, was ich zu erzählen hätte. Ist es getan? Ja. Sie weiß es. Schwestern, die Göttin hat zu Aeloy gesprochen. Sie soll die Verderbnis heilen. Ha! Und wie soll sie es machen? Sie muss dazu unser heiliges Land verlassen. Als Sucherin? Wenn die Göttin es so will, muss es sein. Ihr nennt dieses Ding eine Sucherin? Ich bitte dich, Lansra, sei vernünftig. Das wird eure Sünde, nicht meine. Schickt sie suchen, auf das wir sie nie wiedersehen. Äh, Lansra, bei der heiligen Gnade der Göttin weihen wir dich hiermit zur Sucherin des Nora-Stammes. Nichts steht deiner heiligen Aufgabe jetzt im Weg. Möge die Urmutter dich schützen und stützen. Bleib dir treu. Ich bereite die Hymne vor. Wir alle hoffen auf dich. Tiersa, was ist dein Sucher? Du. Und hier ist dein Zeichen. In Zeiten der Not können die Erzmütter einen Sucher weihen. Einen würdigen Krieger, der große Ziele erreichen soll. Wo auch immer diese Ziele ihn hinführen. Auch außerhalb des heiligen Landes? Ja, und mit dem Recht, nachher wieder zurückzukehren. Oder wenn es notwendig wird. Und so werde ich suchen und ich werde finden. Gab es schon andere Sucher? Es gab sie, aber wenige. Und die meisten von ihnen kehrten niemals zurück. War Rost ein Sucher? Nein, ein Sucher nicht. Was hältst du von mir geheim? Jetzt ist nicht die Zeit, Aloy. Vielleicht ein andermal. Ach, andermal. Genau jetzt ist der richtige Zeitpunkt. Immer dieses Hin und Her. Was ist mit Rosts Leiche passiert? Es war leider nur sehr wenig von ihm übrig. Aber was da war, begruben wir dort, wo er dich großzog. Mit Blumen auf dem Grab. Danke. Höre ich nicht gern. Aber... Was war zu erwarten? Ich kann also überall hin. Ohne Einschränkung. Sogar an verbotene Orte, wie die verdorbenen Lande, fern der Urmutter. Oder die Ruinen der Metallwelt. Gut. Die Ruinen, die werde ich mir auf jeden Fall gönnen. Kommt auf die Turi-Liste. Warum nennt ihr die Lande jenseits des Nora-Lands verdorben? Muss man das fragen? Unser Land ist heilig. Wir leben im Blick der einen Göttin, der Urmutter, der Quelle allen Lebens. Jenseits ihres Blicks liegt ein weites verlorenes Land, spirituell unrein. Deshalb ist es uns verboten, dorthin zu gehen. Aber der Suchersegen wird dich schützen. Dann bin ich absolut beruhigt. Warum sind die Ruinen der Metallwelt verboten? Das sind schlechte Orte, Aloy. Dunkel und böse, wie die Kinder des Metalls, die sie bauten. Als sie die Urmutter umbringen wollten, löschte ihr Zorn ihre Städte aus. Aber nicht ihre Sünden. Ihre uralte Bosheit haust in den Ruinen, um jeden zu verführen, der so dumm ist, hineinzugehen. Aber ich war in einer Ruine. Es sah fast wie im Innern der Urmutter aus. Das kann gar nicht sein. Es ist so. Dann ist das etwas, was ich nicht begreife. Du wirst die Wahrheit wohl herausfinden. Auf jeden Fall. Liegt es in meine Hände. So viele mussten leiden. Kann ich etwas tun, um zu helfen? Am wichtigsten ist, dass du den Zweck erfüllst, den die Urmutter für dich vorgesehen hat. Du weißt doch auch nicht, was das bedeuten soll. Dann finde es heraus. Wenn du jedoch erkennen solltest, dass es Teil des Zwecks ist, dem Stamm zu helfen, dann tu das bitte. Zweifellos sind überall im ganzen Becken Leute in Not. Dann sollte ich mich schleunigst auf den Weg begeben. Aber noch kurz. Du sagtest, ein Nora-Kriegstrupp hat die Mörder verfolgt. Ja. Aber er wurde hinterrücks überfallen. Wenige konnten entkommen. Und zumeist schwer verwundet. Weißt du, wo die Mörder sind? Nein. Aber frag doch Val. Einen Krieger, der die Tore des Beckens bewacht. Er hat den Hinterhalt überlebt. Er weiß sicher mehr. Dann werde ich ihn besuchen. Doch jetzt... Ich sollte jetzt gehen. Zuerst musst du zu den Toren des Beckens gehen. Sprich mit Val. Er zeigte den Weg nach Meridian. Wenn irgendein Nora dich aufhalten will, dann zeige, dass du eine Sucherin bist. Werde ich. Danke, Tiesa. Für deine Hilfe. Die Urmutter segne und beschütze dich. Nora-Gläubige, Wir wollen beginnen. Kurz Ruhe. Und so beginnt ein neuer Abschnitt auf dem steinigen Weg. Kurz noch die Frage. Die Person, die wir da gesehen haben, ist das wirklich die Mutter? Sehen wir sie noch wieder? Ist sie noch am Leben? Ist sie vor oder hinter der Tür? Weitere und weitere Fragen. Reinigt euer Herz. Bitten wir um Vergebung für die Sünden, die uns ins Elend gestürzt haben. Wenn die Stammmütter ihre Stimmen erheben, werden wir einstimmen. Noch was zu sagen? Ist der Chor vollständig versammelt? Chor? Och, fangen wir jetzt an zu singen? Dann haben die Kajar eben das Tal abgeriegelt. Was soll's? Wir sind Nora. Nichts könnte uns dazu bringen, das heilige Land zu verlassen. Wir sind in den Wahnsinn getrieben. Och, ich würde es schon so gern hören. Diese ungläubigen Kajar würden sich da nicht noch mal gegen uns wenden. Du bist... Das kann ich einfach nicht glauben. Na ja, du eben. Ja, vielen Dank auch. Ach, ein bisschen was fürs Ego. Das kann ich gekämpeln. Meine Haare werden ewig brauchen, bis sie trocken sind. Ja, es gibt ja keine anderen Probleme. Sie hat viele gerettet. Sie ist ein Glück für den Stamm. Das will ich hören. Mehr davon. Oh, die Vorrede aufstocken. Habe ich jetzt nicht mehr so viel von? Und ich glaube, dafür ist es auch gedacht. Ein paar Bären, ein paar Blüten. Oh, Göttern, rette uns. Rette die Nora. Oh, nicht unbedingt die Göttin. Ich könnte das auch. Aloy! Aloy! Ja! Der Urmutter sei Dank. Du bist am Leben. An jeder Ecke. An jeder Ecke. gibt's was. An jeder Ecke. Alle beiden Hora werden gemeinsam die Hymne singen. Wird gelabert. Man kann nie wissen, wann man das mal braucht. Ja, ich schätze gleich. So lange wird's nicht mehr dauern. Du hast dich schnell erholt. Du musst stark sein. Schnell bemerkt. Das hat nicht mehr gepasst. Hier oben. Och. Wollt's vergessen. Naja. Nee, das bleibt. Er. Mr. Klo-Wächter. Ach. Ich muss durch das Tor. Und seit wann interessiert es mich, was ausgerechnet du musst? Na eigentlich schon seit Anfang. Ich kenne dich von der Erprobung. Bast hat meine Trophäe zerstört. Und du hast zugesehen. Du sprichst schlecht von den Toten? Du kennst gar keine Scham. Fast hätte ich dir einen Pfeil reingejagt. Und du bedrohst mich. Auch noch vor Zeugen. Wenn die Erzmütter das erfahren, wirst du wieder eine Ausgestoßene sein. Ja, jetzt pass mal auf. Jetzt kommt's ganz dicker. Besonders für dich. Machst du große Augen, staunst du Bauglötzer. Da fällt ja der Kiefer auf. Ich bin zur Sucherin geweiht. Öffne das Tor. Du? Sucherin? Sind Tierser und Jäser jetzt verrückt? Schlimm genug, dass du bei der Erprobung warst. Wenn du verletzt bist, bringen sie dich in den Heiligen Berg, um dich zu heilen? Kein Wunder, dass wir verflucht wurden und unsere Kinder zu Grabe tragen müssen. Ach, du hast ja mal Ahnung. Wie kannst du sehr herzlos sein? Ich kämpfte mit diesen Kindern, Schulter an Schulter, Rücken an Rücken. Ich sah sie sterben. Und jeder von ihnen als wahrer Nora hätte dir einen Pfeil reinjagen sollen. Resch, komm jetzt. Ruhe! Ich bin dein Kriegsherr. Und ich eine Sucherin, geweiht von den Erzmüttern. Also öffne das Tor und ich werde verschwinden. Je schneller du hier verschwindest, desto besser. Was war das? Der Dämon! Gebt Alarm! Beide Götten! Was macht er mit ihnen? Er kontrolliert sie. Macht euch bereit! Was hast du hergelockt, du mutterloser Fluch? Tötet sie, Krieger! Tötet sie alle! Krieger! Macht euch bereit! Mit Action! Wir bekämpfen einen Fluch! Einen Dämon! Ruhe Mutter, gib uns Kraft! Es ist soweit. Ich muss auf Position. Mit Action! Da kommt er! Hätte ich jetzt gar nicht mehr gerechnet. Angriff! Passt auf die Läufer aus! Rühre meine Hand! Sie sind verrückt geworden! Wird's ja doch noch spannend! Wird's ja doch noch spannend! hab ich genutzt! Hab ich genutzt! Wo muss ich denn weit hier drauf zielen? Chaos! Das ist ungünstig! Schön unerfällig! Bastelt sie auf, Heiler! Führe die Nora! Führe die Nora! Stell dich ja wieder doof an hier! Wie wär's zur Abwechslung mit etwas Feuer? Lass das! Ich hasse das! Oh! Ich sollte mich da nicht unbedingt in den Nahkampf fläubigen! Immer! Mach da auch noch die Kisten kaputt! Wo bist du? Oh! Jetzt fängt er auch noch an zu schießen! Ja! Vielleicht hätte ich vorher mal scannen sollen! Ach, muss ich mir angewöhnen! Ach, da oben! Auch nicht! Fünfzehn macht das! Uhohohohoi! Da kam was dickes! Nein! Da fällt doch nichts in den Weg! Oh! Für die Uhr, Mutter! Natürlich! Zum Schluss haut er noch mal einen raus! Erledigt! Jetzt darf er von denen unter den Mördern bei der Erprobung! Jetzt darf aber nichts mehr kommen! Oh! Für das heilige Land! Wie kann eine Maschine wie diese all diese Läufer kontrollieren? Wie kann er andere Maschinen übernehmen? Was ist dein Geheimnis? Mit einem Virus! Wäre meine Vermutung! Oh! Für die Gefallenen! Wie machst du das? Zeig's mir! Sie haben dir gehorcht! Wie? Das! Damit machst du das! Es verbindet sich mit dem Fokus! Kann ich das verwenden? Probieren wir es aus! Bloß ein paar Drahtschlingen! Das sollte halten! Ich muss es nur noch testen! Aloy! Wie hast du das gemacht? Tab! Was machst du denn hier? Du bist ein Näher! Kein Krieger! Ich verteidige hier Mutters Wacht! Aber mit so etwas hätte ich niemals gerechnet! Du tötest den Dämon! Und weidest ihn komplett aus! Die Kontrolle über die Maschinen! Ich glaube, ich weiß, wie es geht! Ich will es an einer Maschine testen! Äh! es sind viele Läufer auf dem Weg zu den Toren des Beckens, glaub ich! Ganz genau! Und zu den Toren wollte ich ja ohnehin! Ich muss mit Val sprechen! Ich wusste, dass du anders bist, Aloy, aber... Aber... was? Ich glaube, du bist ein Segen der Urmutter! Egal, was Resch sagt! Danke, Tab! Aber ich muss jetzt los! Das musst du! Ich denke an dich! Oho! Krieger! Das Tor muss sofort repariert werden! Aloy McGyver! Und wenn ihr es zusammenflicken müsst, macht hin! Ja, Aloy McGyver! Ein bisschen Tüdeldraht, Spucker, und schon ist der Speer modifiziert! Dann müsste ich etwas anderes ablegen! Ja! Aber man kann ja trotzdem versuchen! Hier ist noch was dabei! Voll, voll, voll! Dann würde ich sagen, schauen wir uns beim nächsten Mal die Fähigkeitspunkte an, die wir dann noch verteilen könnten. Schauen wir mal das Inventar durch, und dann geht's raus! Vor die Tore! Dann soll es das für heute gewesen sein! stecke ich mir noch Holz schnell ein! Ach, das kommt wohl auch immer wieder! Oder nur vergessen! Kann ich denn jetzt hier noch irgendwo speichern? Da vorn! Ich muss dieses Gerät testen! Ich will wissen, was es kann! Ja, aber nicht mehr heute! Dafür bleibt beim nächsten Mal noch genug Zeit! Ich verabschiede mich wieder, sage vielen Dank fürs Zuschauen! Hat es gefallen, dann Like und Abo dagelassen! Und bis zum nächsten Mal! Macht's nicht gut, macht's besser! das ist das dann Da war da war